Wuhuuu! Oh, noch ne Batterie. Hä? Da doch. Oh, das war die Leiche. Oh Gott. Okay. Ja. Let's check. Der ist so vorhersiehbar, ne? Ja. Ja. Kannst du mir einen Sekt geben? Der ist hinter dir. Jetzt wird zugesoffen. Aber keine Angst, Leute. Es ist alkoholfrei. Ja, es ist alkoholfrei. Ich glaube, wenn wir alkoholisiert werden, dann ist es komisch. Ich glaube, es wäre auch einfach entspannter für uns. Ist mein Mann? Ja, ist deins. Oder ist er? Ja. Alter, wenn du jetzt auf mich zukommst, ne? Oh! Oh nein! Nein, 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 nein! Bitte auf! Oh! Oh! Die gleiche Scheiße ist mir im letzten Part auch passiert. Oh Gott! Ja, sounds fawn! Ich weiß nicht! Deswegen jetzt auch mal ganz schnell. Ich weiß nicht, wenn ich die Scheiße stehe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich die Scheiße nicht schraubere. Ich weiß nicht, dass ich die Scheiße nicht schraubere. Aha, hast auch gezuckt. Ich habe es gemerkt. Gar nicht. Okay, zu. Hier kommen wir nicht lang. Warum kommt man so eine Musik? Ich verstehe es nicht. Oh, ich höre ihn. Weißt du, wie viele Generatoren das sind? Haben wir jetzt zwei? Mhm. Einen weiß ich noch, wo er ist. Das war das letzte. Es gibt nur drei. Es gibt nur drei? Ich denke schon. Ich denke schon. Ich weiß es aber nicht. Unsere Hoffnung erst mal. Unsere... und das Strohhand. Boah. Alter, diese Musik. Ne, ich reiß mir... Ich reiß mir jetzt den Kopfhörer. Kannst auch nein. Ich wasch jetzt da durch. Okay. Sagst du mir, wenn heiße Musik kommt? Mhm. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Bye, bye. Ask goodbye. Didi... Boah. Schlägt er mich immer noch? Es ist besser geworden. Es ist besser geworden. Ja... Hör. Er krabbelt die Treppe runter. Er kanns halt. Hör. Ist der da? Es ist wirklich viel angenehmer, wenn man diese Musik nicht hört. Ich glaube, ich spiele es jetzt immer so. Oder ich lasse dich mit dabei sein. Und dann bist du mein Hörer und ich bin... I and I to the danger. Also nämlich daran, wir waren auf Skifreizeit und unser Lehrer immer so... I look to the danger oder so. Das ist die Musik gerade richtig krass. Was redet er? Was redet er? So böse! Gut. So drönend. Ich muss einfach... ...da hinten hin. Oh, ist doch so ein verdammter Ernst! Warum hockt der denn immer da hinten? Wir rennen einfach mal hier rum. Ja, oder? Greif es nicht. Oh, ich bin im falschen Raum. Oh, ich bin im falschen Raum. Tschüss! Nein! 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 Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Gut, ich mach kurz den Generator an. Nein! Das schaff ich nicht mehr. Ich geh eben hier. Okay. Ich geh eben hier. Okay. Also wir müssten eigentlich ziemlich verletzt gerade sein, so oft wie er auf uns eingeschlagen hat. Vielleicht. Ah ja! Oh, das singen wir jetzt. Das beruhigt uns, glaube ich, ein bisschen. Pink, fluffy unicorns, dancing on rainbows. Das beruhigt. Oh nein! Wieso lade ich nach? Ist mir egal. Ich weiß einen, dem gefällt das sicherlich. Derjenige fühlt sich jetzt sicherlich auch angesprochen. Genau du! Genau du! Du! Warte, was ist unser Wort? Jetzt hab ich's. Ah, ajo! Okay, jetzt weiß er, glaube ich, bin ich meiner. Na, sicher! Baaaii! Wuh! 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 Was ist denn jetzt? Wuh! 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 Was ist denn da? Wuh! 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 Wow, jetzt nicht mehr. Aber wir sind in so einer Brühe. Die sieht sehr interessant aus. Ich würde sagen, das ist Wasser mit Pisse. Warte, ich mache mal einen kurzen Cut.